Jim blieb an der Tür stehen, bewegungslos wie ein Jagdhund, der eine Wachtel wittert. Seine Augen waren auf Della gerichtet, in ihnen war ein Ausdruck, den sie nicht deuten konnte und der sie erschreckte. Es war nicht Wut oder Überraschung, weder Enttäuschung noch Grauen, überhaupt keins von den Gefühlen, auf die sie gefasst gewesen war. Er starrte sie einfach unverwandt an mit diesem sonderbaren Ausdruck im Gesicht.